Hello ihr Lieben, hier ist eure Jonanda und wie ihr seht, sitze ich schon vor einem fertig ausgelegten Kartenblatt. Ich habe nämlich ein keltisches Kreuz auf die Gefühle des Gegenübers gelegt und um die Zeit des Mischens zu sparen, habe ich es ausgelegt, werde aber noch entsprechende Runen ziehen oder gegebenenfalls Zusatzkarten. Das machen wir dann gleich zusammen. Erstmal ein paar warme Worte meinerseits, es ist schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier an meinem Tisch und will heute mal wieder die Gefühle des Gegenübers genau beleuchten. Einfach aus dem Grund, dass du die andere Seite besser verstehen kannst. Das soll jetzt erstmal zur Legung an sich gesagt werden. Wir holen da heute auch mal ein bisschen weiter aus und schauen mal ans keltische Kreuz. Die Positionen erkläre ich gleich. Dann möchte ich mich natürlich ganz herzlich bedanken für eure Wertschätzung, für eure lieben Kommentare, Likes und Abos. Und ich begrüße natürlich auch alle, die neu in unserer gar zauberhaften Runde mit dabei sind. Herzlich willkommen! Ja, es soll erwähnt sein, Infos findest du in der Infobox. Das ist ganz, ganz wichtig. Das gibt entweder einen kleinen grauen Pfeil, den du anklicken kannst, direkt unter dem Video, wo du in die Infobox weitergeleitet wirst. Bei anderen sieht es ein bisschen anders aus. Manchmal ist es auch, als ob man das Schlumpfdorf sucht, wenn man die Infobox versucht zu finden. Aber die gibt es, die gibt es wirklich. Also versucht mal ein bisschen und klickt mal ein bisschen rum und dann findet ihr auch die Infobox. Und da steht auch immer schon eine Kurzbeschreibung zu der Legung drin. Verwendete Karten, ein Buchtipp über die Runen, weil das immer wieder gefragt wird. Oder über persönliche Legungen in Klammern, die bei mir leider derzeit nicht möglich sind. Und, 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 ne? Und in Kürze ist dann auch der Link auf meine Internetseite da. Die ist nämlich so gut wie fertig. Ja, eigentlich ist sie das schon. Da fehlen nur noch ein paar Details. Und das ist aber jetzt schon, ja, das ist schon so gut wie, das ist alles am Weg. So, also, heute den Rahmen-Tarot. Mal sehen, was die gefiederten Freunde uns zu zwitschern haben. Und die Position ist folgende. Ich habe noch nicht drunter geguckt. Ich weiß nicht, was uns jetzt erwartet. Wir haben hier die Grundenergie. Das ist die Energie, in welcher dein Gegenüber sich befindet. Dann haben wir die Energie, die kreuzt. Entweder unterstützt die ihm oder die kretscht ihm so dazwischen. Dann haben wir die Energie, die ihn führt und die Energie, die ihn trägt. Wir haben den Weg, der hinter ihm liegt. Also, wo er schon durch ist durch seinen Prozess. Und wir haben hier die nahe Zukunft. Diese Karte habe ich so benannt, dass das der nächste Schritt in deine Richtung ist. Der nächste Schritt. So. Dann haben wir hier die Karte, die ihn bezeichnet. Und hier kommt die Karte, wie er dich sieht. Hier sind seine Hoffnungen oder Ängste. Kommt drauf an, was drunter liegt. Und hier oben haben wir so eine Tendenz, in welche Richtung das Ganze so weitergehend, also sich so weiterführt. Ihr müsst aber wissen, also hier die obere Karte, die da, ich zeige sie auch hier nicht. Natürlich, das ist nicht das Ende der Reise, sondern wir haben hier wirklich nur einen Energieabgleich, so ein Update, wie die Situation jetzt gerade aussieht und wo tendenziell die Reise hinführt. Karten sind immer nur Tendenzen. Es tendiert. Und du schaust für dich, ob du hier in Resonanz gehst oder eben nicht. Es ist nun mal eine allgemeine Legung. Du kannst in Resonanz gehen, musst aber nicht. Und den Rest habe ich euch schon tausendmal vorgekaut. Bedenke immer, die Karten sind ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Lasst euch nie von einem Kartenblatt beherrschen. Es ist ein großer Suchtfaktor da bei der Kartenlegerei. Also hier immer schön locker bleiben. Schau dir die Legung mit Abstand an. Überleg dir vorher, ob du es wirklich wissen willst. Weil es kann unter Umständen eben auch etwas drin liegen. Ja, was du dir vielleicht anders gewünscht hast. Aber die Karten fallen, wie sie fallen. Und wir starten, wenn wir starten. Und zwar jetzt. Also, worum geht es denn hier überhaupt bei deinem Gegenüber? Ach, guck mal da. Es wird dich sehr erfreuen, weil er hat die Liebenden reingelegt. Anscheinend ist er gerade in einer Schwingung der Liebe, was ja äußerst positiv ist. Er ist in einer Schwingung der Liebe und vielleicht gerade jetzt in so einem Punkt angekommen, wo er weiß, dass er auf sein Herz hören will. Dass er einen Herzensweg geht oder auch eine Entscheidung aufs ganzem Herzen trifft. Die Liebenden, da haben wir hier die zwei Rabenvögel, die sich im Prinzip ein Herz teilen. Also das ist auch eine Karte innigster Verbundenheit. Wir haben hier die Sonne, die mit ihrer Energie am Himmel steht. Und wir haben hier die Schlange, ja da könnte man jetzt sagen, ich meine, wir sind ja nicht in der Lenny-Legung. Noch ist nicht Donnerstag. Aber die Schlange steht auch immer für weibliche Heilenergie. Kann auch Kundalini-Energie bezeichnen. Und diese Schlange steigt aber hier auf ins Licht. Es kann auch sein, dass einfach, ja, dass das Falsche, also ich muss ja so ein bisschen an den Garten Eden denken, ne, dass das Falsche jetzt, ja, aufsteigt und verschwindet, ne. Also die Schlange hat ja hier die beiden nicht verwickelt, sondern, ja, sie schlängelt sich ja hier, ja, von dann, sagen wir es mal so, ne. Ja, diese Schlange verlässt die Situation. Das ist sehr zweideutig, ne. Also wenn es hier wirklich, ich schlag jetzt einfach mal die Brücke, ich schlag mal die Brücke. Wenn es hier wirklich Komplikationen in der Beziehung gab oder dunkle Kräfte, die irgendwie eingewirkt haben, dann dürfen die jetzt gehen. Und das bezeichnet ihn gerade, als ob sich hier etwas ganz Kompliziertes auflöst und er endlich wieder zurück in die Liebe gehen kann, ne. Und auch bereit dazu ist, mit neuer Energie in diese Liebe zu gehen. Und dein Gegenüber, das ist natürlich jetzt ganz Schnurzpiep, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, ne. Du bist der Zuschauer und hier auf dem Tisch sozusagen liegt dein Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich. Sehr schön. Also er scheint hier in die Liebe zu gehen und auf den Schlag seines Herzens zu hören. So, welche Energie kreuzt ihn? Sehr positiv, die drei der Münzen, ja. Die kommt ihm natürlich zugute. Das ist schon mal gut. Wir haben hier keine Negativenergie, sondern wir haben hier eine Schwingungserhöhung drin liegen. Die drei der Münzen stehen immer dafür, dass etwas sich verbessert. Es ist eine Verbesserung. Das ist so eine Stufe oder ein Schritt auf die nächste Stufe, auf so eine Schwingungserhöhung, dass die Situation sich auf jeden Fall verbessert, weil man dazugelernt hat, ne. Die drei der Münzen ist eine Karte, ja, die hat so ein bisschen was von etwas studiert haben, etwas verstanden und begriffen haben und diesen Aha-Effekt und jetzt kann ich einen Schritt weiter gehen, ne. Und das Positive ist, ihr seht hier den Raben Kirschen fressen und der Baum ist aber noch in der Blüte, der hat gar keine Blätter. Das heißt, hier ist eine Frucht reif vor ihrer Zeit sozusagen, weil normalerweise, ne, muss der Baum ja erstmal grüne Blätter haben, ne. Die Blüten hat er dann längst verloren, dann kriegt er grüne Blätter und aus der Blüte entsteht die Kirsche. Und hier ist aber so ein Zeitensprung, also der Baum ist noch in der Blüte, die Blätter sind noch gar nicht da, aber die Ernte ist schon reif. Also hier hat er vielleicht, ne, also dein Gegenüber, der jetzt wieder in die Liebe geht, so einen persönlichen Quantensprung gemacht, weil sich hier vielleicht wirklich etwas, naja, nennen wir es doch mal so, das Verteufelte lösen kann und transformiert wird, weil die Schlange hier, die steigt auf ins Licht, ne. Das finde ich sehr, sehr schön. Oftmals wird die Schlange auch als Heilenergie gedeutet, ne. Gut, ein Krafttier, jetzt auch als Krafttier geschaut, es gibt immer Licht und Schatten, ja. Die Schlange, die hat wirklich, die ist so, die ist sehr zwiespällig, die ist gespalten wie ihre eigene Zunge, soll ich gerade sagen. Die Schlange ist so gespalten wie ihre eigene Zunge. Die kann die Weiblichkeit symbolisieren, die kann für die Heilung stehen und die kann aber auch wirklich für das Verteufelte und Verwickelte stehen, ne. Und du schaust jetzt einfach für dich, wie es einfach Sinn macht, ne. Die Schlange ist so gespalten wie ihre Zunge, das ist ja wieder mal genial, ist gerade voll zu mir durchgekommen. So, welche Energie wirkt denn von geistiger Ebene und beeinflusst deinen Gegenüber? Welche Kräfte wirken da von oben sozusagen? Und da haben wir die Sieben der Stäbe. Die Sieben der Stäbe, das ist eine Karte, wo man seinen Standpunkt behauptet, ne. Wo man auch, wo man auch in so eine gewisse Verteidigungshaltung geht, in so eine gewisse Abwehrhaltung, ne. Also es kann tatsächlich sein, dass der Prozess deines Gegenübers, ja, durch äußere Kräfte so ein bisschen beeinflusst wird. Das kann auch durch Sigon sein aus Paralleluniversen, ne. Es spielen im Weltlichen, ne, nicht im Weltlichen, es spielen in unserem Leben, ne. Oftmals Kräfte von außen eine Rolle, deren wir uns überhaupt nicht bewusst sind. Wir sind ja nicht allein, alles ist Energie. Und es gibt eben Paralleluniversen oder Energien von außen, nennen wir es doch mal so, die wir nicht sehen können, die nicht greifbar sind, aber die dennoch da sind. Und die sickern so in unser Feld durch, ne. Und beeinflussen uns auch. Und es sieht hier so aus, als ob hier eine Energie durchsickert, die deinem Gegenüber, ja, so ein bisschen in so eine Abwehrhaltung manövriert, ne. Die ihn so beeinflusst, dass er das Gefühl hat, er muss hier in die Verteidigung gehen oder in seinem Schutz so ein Stück weit bleiben. Er muss sich hier verteidigen und hat vielleicht auch das Gefühl, er ist so ein bisschen gestellt, ne. Er ist so an die Wand gestellt, er steht so mit dem Rücken an der Wand und muss sich so verteidigen. Und dass er dieses Gefühl hat, das kann durchaus damit zu tun haben, dass eben äußere Kräfte, ja, unsichtbare Kräfte, energetische Kräfte in sein Feld durchsickern, die ihm diese Haltung vermitteln. Also ich hoffe, man kann mir hier folgen, ne. Das ist jetzt so ein bisschen ungünstig, ne. Positiv gedeutet könnte man aber auch wirklich sagen, er ist gut aufgestellt und weiß, wo er steht, ne. Dass ihm diese Energie vermittelt wird. Wir werden mal sehen, wie die Legung weitergeht, ne. So. Dann schauen wir doch mal, welche Karte die Basis, die Base ist, ja. Ja, oh, das ist schwierig, ne. Die Base ist mit Schwerdorn gespickt. Das ist immer schwierig, wenn Schwerder in der Basis liegen. Das heißt, hu, also grundsätzlich ist dein Gegenüber mit den Neuen der Schwerdorn ein Mensch, der zu Depressionen neigt. Und der wirklich Phasen im Leben hat, wo er wirklich durch tiefes Tal geht, ne. Wo er vielleicht auch eben durch diese Dunkelheit, die ihn einlullt, manchmal gar nicht er selbst sein kann, ne. Und wenn dann noch entsprechende Kräfte von außen wirken oder von geistiger Ebene, sagen wir es mal so. Von geistiger Ebene, also mit außen meine ich hier geistiger Ebene. Die ihm das Gefühl geben, er muss sich hier verteidigen, dann sind das zwei sehr schwierige Karten, ne. Deswegen ist er anscheinend gerade dabei, sich hier über sich selbst zu erheben und dennoch in die Liebe zu gehen. Weil er hier wirklich dazugelernt hat und eine Stufe in seinem Entwicklungsprozess emporklimmt, ne. Sagen wir das mal so. Also leicht hat diese Seele es nicht, für die du hier schaust, ne. Also wir haben hier auch schlaflose Nächte, Insomnia, ne. Sorgen, Gedanken, Ängste und Nöte, die einen dann einholen, wenn, ja, wenn das Licht weicht, ne. Wenn der Tag die Nacht hinübergleitet, dann kommen die dunklen Gedanken, ne. Das ist für mich auch immer so ein bisschen die Karte der Nacht, die neun der Schwerder. Oh, dann kommen, ja, vielleicht kommen dann auch Albträume, ne. Oder dieses Grübeln und dann ist alles ganz dunkel und düster. Und das ist im Moment seine Basis. Junge, 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 Junge. Da hätte ich gerne eine Rune. Und zwar möchte ich wissen, welche Runenkraft ihn unterstützt, diese Basis in die Heilung zu bringen. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Also der kämpft mit sich selbst. Das kommt mir hier gerade total rein. Der kämpft mit sich selbst. Welche Rune unterstützt deinem Gegenüber, die neun der Schwerder in die Heilung zu bringen? Welche Runenkraft stützt ihn? Ja, und da haben wir die Rune Dagas. Die Rune Dagas, das ist im Prinzip wie die Lebendiskarte, also die liegende Acht und die will fließen. Und er muss hier lernen, fließen zu lassen. Das alles beständig zirkuliert. Also selbst wenn er ein Hängerchen hat, naja gut, vielleicht ist es auch kein Hängerchen, sondern wirklich tiefes Tal, wo er durchgeht. Also ich rede hier wirklich von Depression und dem absoluten emotionalen Absturz. Aber wenn die Dagas ihn unterstützt, dann kann er es zulassen. Also dann kann er annehmen, dass gerade diese krasse Talfahrt nun mal da ist. Es geht ihm nun mal gerade so, wie es ihm geht. Wenn er aber dieses Gefühl, diese Befindlichkeit fließen lässt, dann kann sie heilen. Dann kann er das wieder loslassen. Weil so gesehen ist es eine Acht. Und die Acht in der Kabbalah, die bezeichnet, ich zeige euch das jetzt mal, nach oben offen, man nimmt etwas auf. Die Energie kommt. In der Mitte nimmt man es dann an, aber dann nach unten hin. Dann, ihr wisst schon, kann ich das jetzt machen? Also oben, Mitte, also unten. Der untere Bauch, ja, der lässt wieder los. Aufnehmen, annehmen, loslassen. Das habe ich ja jetzt ganz toll gemacht. Ich bin nun mal keine Acht. Aber ihr versteht, was ich meine. Die Dagas unterstützt ihn darin, dass er seinen Schmerz bewusst wahrnehmen kann und darf. Und das soll er auch tun. Aber er soll nicht daran festhalten. Weil dann schlägt es sich auf seine Mitte nieder. Er soll es wieder loslassen. Also er soll hier unbedingt ins Fließen gehen. Die Acht ist eine Heilungszahl. Und die Rune Dagas bezeichnet eben auch, dass man das Gute im Schlechten sehen soll. Also anscheinend denkt er hier auch sehr negativ. Und bei mir kommt aber rein, dass das gar nichts mit dir zu tun hat, sondern mit ihm selbst. Also er hat einfach den Hang zur Depression und ringt, so würde ich sagen, er hat den Hang und ringt mit sich selbst. Er hat den Hang zur Depression und ringt oft mit sich selbst. Also die Neun der Schwerter sind auch die Karte der Reue und der Gewissensbisse, schlechtes Gewissen. Bei mir kommt klar rein Schuldgefühle, die ihn auch plagen können. Aber derzeit ist er hier und jetzt. Ja, er geht in die Liebe und ist da gut aufgestellt. Die Basis ist jetzt nicht ganz so prickelnd, aber gut. Wir arbeiten dran. Also die Dagas ist schon mal stützend. Die symbolisiert auch Licht und Schatten. Und vor allen Dingen, die symbolisiert die Vereinigung der Gegensätze. Also da ist wieder das, dass man das Gute im Schlechten sieht und dass man eben im Fluss bleibt. Die Vereinigung der Gegensätze. Es ist nicht alles schwarz. Es kann auch nicht alles Licht sein. Freude und Leid. Das ist immer so ein beständiger Wandel. Und er soll einfach lernen, sich da tragen zu lassen. So, wo ist er denn durch? Durch die sieben Kelche. Die sieben Kelche ist ja so die Karte der Illusionen. Also entweder hat er dir etwas vorgemacht in der Vergangenheit oder er war es, der Luftschlösser gebaut hat. Oder er sieht ganz einfach in eurer Beziehung eine nicht lebbare Illusion. Ja, wie so eine Art Fada Morgana. Du läufst darauf zu und dann ist es weg. Also dieses, er kann dich nicht erreichen. Oder Luftschlösser bauen. Vielleicht hat er die gebaut. Vielleicht hast du die aber auch gebaut. Und er hat dich desillusioniert. Dass es einfach nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Und dass diese Desillusionierung im Prinzip jetzt auf dem Weg liegt, den man schon beschritten hat. Das ist ja dieses Denken, es bringt ja eh nichts. Oder mit ihm oder ihr ist eine Beziehung überhaupt nicht lebbar. Das ist ein Riesenluftschloss, was ich hier baue. Ich habe so das Gefühl, es betrifft euch beide. Weil es geht ja hier um deinen Gegenüber und um euren Prozess im Prinzip. Und ich habe so das Gefühl, das betrifft euch beide, weil ganz einfach eure Beziehung bisher nicht lebbar war. Allerdings ist die sieben der Kelche auch die Karten der Vision. Vielleicht hattet ihr auch eine klare Vorstellung oder er hatte die, wie etwas sein soll. Und ja, vielleicht ist es auch positiv zu sehen, dass er ganz klar einer Vision folgt. Also die sieben der Kelche, positiv gedeutet, ist eine Vision, der man folgt. Und wenn er der Vision folgt, dann hat er es jetzt geschafft, in die Liebe und in die Herzensenergie zu gehen und hier wirklich das Beste draus zu machen. Und hier wirklich die Dinge vor ihrer Zeit sogar zu ernten. Das würde allerdings bedeuten, dass er hier wirklich diese dunkle Basis überwindet. Also das, was ihn trägt. Aber es ist immer noch schwierig, weil es ist die Basis. Vielleicht lehrt ihn auch die sieben der Stäbe, dass er wirklich seinen Standpunkt behauptet und wieder in seine Kraft zurückkommt. Dass quasi hier die Base ihm die Kraft nimmt und die sieben der Stäbe helfen ihm zurück in seine Kraft. Schau mal, wie es auf deinen Prozess jetzt ganz einfach Sinn macht. Ja, das ist schon nicht so ganz einfach zu deuten, aber es macht Sinn. Also es macht in mehreren Varianten Sinn. So, was ist denn sein nächster Schritt jetzt in deine Richtung? Wichtig ist ja, dass er so in die Liebe geht. Sein nächster Schritt, wow, genialo. Also hier sieht es wirklich so aus, als ob der hier wirklich sein ganzes eigenes Drama überwindet. Weil sein nächster Schritt in deine Richtung ist, dass er endlich Gefühle zulässt. Holla die Waldfee, das ist geil. Also er geht hier ins Gefühl. Ich wiederhole nochmal. Er hat es hier nicht leicht. Er ist wahrscheinlich auch ein Mensch, der eine schwierige Vergangenheit hat. Und wo es schon viele Scherben gab, wo schon viele Scherben zusammengefegt werden mussten. Und er hat eine Vorstellung, wie die Liebe sein soll. Er hat da eine Vision. Er kann also auch lieben, weil hier sind jetzt schon zweimal die Kelche gefallen. Es ist hier klar, dass Gefühle da sind. Und von geistiger Ebene, das ist positiv gedeutet, wird er vielleicht jetzt wirklich darin unterstützt, dass er sich gegen diese Dunkelheit, die ihn immer wieder einlullt, verteidigt. Also das ist jetzt, das kristallisiert sich für mich immer klarer raus. Und dass er hier wirklich bereit ist. Er hat hier gelernt, er hat dazugelernt. Er ist auch bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Also eine Stufe nach oben. Die Schwingung zu erhöhen. Es gibt hier also eine Verbesserung, eine eindeutige Verbesserung in der Liebe. Er will das, er ist jetzt bereit, wirklich seine eigenen Schattenanteile zu überwinden. Seinen Standpunkt zu behaupten. Und die Vision, die er eigentlich hat, auch ins Leben kommen zu lassen. Es geht ja immer vom Geist in die Materie. Also es ist immer zuerst eine Vision da, bevor die sich in der Materie festigen kann. Und mit dem Ass der Kelche lässt er endlich die Gefühle fließen. Also du siehst hier, hier fließt das Wasser über. Die Kelche stehen immer für die Gefühle. Und er will hier auch die Chance ergreifen. In jedem Ass liegt eine Chance. Und er will hier die Chance ergreifen, endlich ins Fühlen zu gehen. Da will ich jetzt auch wieder eine Rune haben. Welche Rune unterstützt ihn, wenn er in seinem nächsten Schritt auf dich zog? Welche Runenkraft stützt ihn? Das ist immer jetzt mal gespannt. Die Rune Kenas. Der nimmt die Projektion raus. Die Kenas ist der Spiegel. Und die Rune Kenas, die steht immer dafür, dass etwas projiziert wird. Also ihr müsst euch vorstellen, man spiegelt sich ja immer gegenseitig. Und die Erkenntnis ist, zu erkennen, was gehört denn hier zu mir und was gehört denn zu meinem Gegenüber. Und ich habe so das Gefühl, er hat hier auch ein Stück weit eine Selbsterkenntnis. Die Kenas steht auch für den Lebensfunken. Also er kommt hier in eine neue Energie für das Licht des Lebens. Und auch die Verantwortung für eigene Taten zu übernehmen. Genau. Also dass er im Prinzip, darauf wollte ich hinaus, dass er erkannt hat, dass er bei sich schauen muss. Er muss bei sich schauen. Es sind nicht immer nur die anderen. Es bist nicht immer nur du. Er muss hier bei sich schauen. Und die Kenas unterstützt ihn dabei, dass er eben zurück in die Gefühle gehen kann, weil er eine Selbsterkenntnis hat. Das kommt bei mir ganz klar rein. Also irgendwie hat er eine Selbsterkenntnis. Und die Kenas steht auch dafür, also die steht für die Geburt in ein neues Leben nach überstandener Krise. Das ist sehr positiv. Also hier kommt eine Erkenntnis. Und diese Erkenntnis bringt nämlich hier die Verbesserung. Der hat hier was dazugelernt. Das ist sehr positiv. Es wird also immer klarer. Entschuldigt, ich kannte die Karten vorher nicht, dass ich am Anfang jetzt erstmal so ein bisschen quer ins Gemüsebild gedeutet habe. Aber das Bild wird immer erst klar, wenn es dann da liegt. Welche Energie bezeichnet denn ihn? Ja, sehr geil. Der Wagen. Jetzt geht es vorwärts. Der will vorwärts. Der will nicht mehr hier in seinem eigenen Drama bleiben. Der sagt zu sich selber, ey Aldo, wisch dir die Tränen aus dem Gesicht. Jetzt geht es weiter. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Da brauche ich überhaupt nichts weiter zuzusagen. Wie sieht er dich denn? Ja, du bist für ihn ein ganz großer Schatz. Wir haben hier nämlich die Karte des Gerichts. Und das Gericht ist die Karte der Erlösung. Da kommt bei mir jetzt auch gerade eine ganz starke Heilenergie rein. Weil er sieht in dir einen ganz zauberhaften Schatz, der aber geborgen werden will. Also es geht bei dem Gericht immer darum, dass man sich aus der Materie, aus dem Irdischen ins Göttliche erhebt. Im Welttarot steigen die Personen oder die, sagen wir doch mal, die Körper, ne die Körper sind es ja nicht, weil die lagen ja in Särgen. Ich würde sagen, die Seele erhebt sich und steigt ins Licht, ne. Das ist die Erhebung aus der Materie, vom Irdischen ins Göttliche. Und da steht immer, das ist eine Erlösungskarte. Und du bist, also bei mir kommt ganz klar rein, dass du der Schlüssel zu seiner Heilung bist. Und das erkennt er jetzt, ne. Und er hatte vielleicht mal eine Vision mit dir, ich gehe wieder einen Schritt zurück. Ein Traum, wie alles sein könnte, die vielleicht auch teilweise eine Illusion war, wo er gesagt hat, oh, klappt eh nicht, kriege ich eh nicht auf die Kette, laber, raber, ne. Vielleicht auch beides so vermischt, vielleicht hattest du die gleiche Illusion auch oder vielleicht auch die gleiche Vision oder beides, ne. Also, schwierige Vergangenheit, sagen muss man so, was geht, was geht nicht, was ist lebbar, was ist nicht lebbar. Und der ist aber hier auf einem Weg, wirklich sein ganzes Drama zu überwinden, ne. Sich hier wirklich mit Hilfe der geistigen Welt neu zu positionieren und sich über sich selbst zu erheben, ne. Und endlich in die Liebe zu gehen und, ja, eine Schwingungserhöhung zulassen zu können, endlich mit den drei der Münzen. Also eine Verbesserung, es geht ihm wieder besser, ne. Und die Gefühle wieder fließen zu lassen, weil er hat jetzt eine Selbsterkenntnis und der hat hier auf jeden Fall absolute Gefühle für dich. Definitiv. Und du bist der Schlüssel dazu, dass er hier wieder fühlen kann, ne. Und dass er hier durch dich lernt, wieder fühlen zu dürfen, ne. Was ist denn seine Hoffnung oder seine Angst? Also entweder das eine oder das andere, der hat nämlich hier die Hoffnung voll positiv auf bessere Zeiten, ne. Mit den drei der Stäben hofft er hier wirklich, dass er hier das Beste erwarten kann. Perfekt. Das ist geil, ne. Also wir haben hier die Chance, zu neuer Energie zu kommen. Die drei ist immer die Chance. Die Stäbe sind Energiefeuer. Wir haben hier oben einen Stern, mir kommt gerade so rein, der ist wie der Polarstern. Ein ganz heller Stern, der am Himmel steht und er hat hier hervorragende Aussichten. Also er hat hier absolut Hoffnung, dass ich hier wirklich zwischen euch alles zum Guten wenden kann. Und er hier wirklich eine Illusion in die Vision umwandeln kann. Sehr schön. Und wofür das Ganze hin? Haha, das Ast der Schwerdorf. Hier wird geklärt. Das ist so positiv. Hier wird sich einiges für dich aufklären, weil er lässt jetzt hier wieder Gefühle zu. Und ich wünsche mir von jedem Einzelnen, der jetzt wartet und zuschaut und wo hier eine Resonanz ist, dass hier ein klärendes Gespräch kommt und dass ihr hier offen über das, was euch bewegt. Und zwar euch beide reden könnt, ne. Hier ist die Chance zur Klärung. Er muss hier lösen. Er. Es liegt bei ihm. Er hat den Schlüssel, aber du bist der Schlüssel, weil du der Schlüssel zu seiner Heilung bist. Aber das ist wie, als ob du den Schlüssel zuerst hattest und hast ihm den Schlüssel gegeben. Und er benutzt den Schlüssel. Und dadurch, dass er jetzt einen Schlüssel hat, kann er sein Drama verlassen, seinen Schmerz verlassen. Ja, die Basis heilen mit Kraft der Rune Dagas, dass er hier lernt, fließen zu lassen, ja. Und sich nicht an seinem Drama so festzubeißen, ne. Und in einem Jammertal der Depressionen zu versinken, ne. Sagen wir es mal so. Sondern, dass er, dass er in den Flow geht, ne. Und dass er genau weiß, die Zeiten ändern sich wieder. Es wird wieder besser. Alles wird gut, ne. In dieses Vertrauen zu gehen, ne. Und dann kann hier wirklich geklärt werden. Hier ist die Chance auf Klärung. Welche Rune unterstützt denn euren Klärungsprozess? Das wollen wir jetzt noch wissen. Das wollen wir jetzt noch wissen. Weil ich bin schon gleich wieder bei 30 Minuten. Upsa, die ist mir regelrecht rausgefallen. Das ist ja geil. Ich bin gleich bei 30 Minuten. Das bedeutet, meine Handy, 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 meine Videoleistung auf dem Handy. Ihr wisst schon, was ich meine. Gibt leider nicht länger her. Oh, die Lagos. Ihr werdet hier über Gefühle reden. Ist das geil oder ist das geil? Das ist ja wohl der Hammer. Gefühle werden hier geklärt. Wir haben hier, also hier geht es rund um die Gefühle. Dein Gegenüber geht endlich wieder ins Gefühl. Der kommt hier wieder auf die Beine. Der steht wieder auf. Die Zeit des Jammerns ist vorüber. Ich sage es nochmal. Er wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Jawohl. Ich habe so ein Bild gerade vor Augen von so einem kleinen, trotzigen Jungen, der Rotz und Wasser geflennt hat. So richtig, dass ihm die Rotznase läuft. Und einmal so mit den Händen durchs Gesicht. Und dann ist das Gesicht ganz dreckig, weil vorher ist er noch in Dreck gefallen. Und dann wird der ganze Rotz weggewischt. Und dann gibt es ein Eis. Ganz genau so. Ungefähr so kommt es mir rein. Dann ist alles wieder gut. Dann kommt ein Pflaster drauf und einer pustet. Und dann ist alles wieder gut. Und dann kann er hier in die Klärung gehen. Ja, das ist meine Legung für hier und heute. Sehr, sehr positiv. Sehr, sehr schön. Und noch eine Karte schaffen wir die noch schnell. Jawohl. Der Herrscher. In dem Fall sehr positiv, weil er lernt hier wieder, sich selbst zu beherrschen. Weil während dem neuen Schwerdorn abkluckert im Prinzip. Im Tal der Tränen oder in der Depression versinkt. Der hat die Macht über sein eigenes Königreich verloren. Und mit dem Herrscher holt er sich die zurück. Weil er sich hier erhebt, seinen Standpunkt erhöht und ja, endlich wieder da ist. Perfekto. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Also freue mich über ein Abo, also megamäßig über ein Abo, über eure Likes und lieben Kommentare. Und morgen kommt eine Legung für alle Singles oder Seelenpartner ohne Kontakt. Okay? Das ist so die nächste Posse, die ich plan. Und dann sage ich mal bis dahin. Dicken Kuss, bye bye, ciao, ciao, euer JonandaTV.